Wir starten, schön, dass ihr da seid und ich übergebe das Wort an die zwei Herren, die sind jetzt da, an Michael und Jonas und danke und schön, dass ihr da seid und bitte. Michael und Jonas, ihr seid gemutet. Okay, aber ich mute Sie. Ja, hallo, danke für die Einführung, Einladung. Wir freuen uns total, dass wir heute beitragen können mit dem Thema Pornografiekompetenz. Ja, Michael, bin von der Grundausbildung Sozialarbeiter, leite die Fachstelle für Burschenarbeit, bin Psychoanalytiker in freier Praxis und mache so einiges im Gender- und Diversitätsbereich. Wir haben uns entschieden, dass wir das heute zu zweit machen, versuchen oder werden auf den Abstand achten mit dieser Pflanze. Und wir haben auch gesagt, wir haben so unseren sexualpädagogischen Baby-Elefanten auch da, der uns an den Abstand gemahnt. Der Baby-Elefant ist ja eher was Niedliches, aber auch in Corona-Zeiten gibt es sowas wie Begehren. Deshalb haben wir ihn jetzt den sexualpädagogischen Baby-Elefanten genannt. Bevor wir beide noch so unsere Zugänge zum Thema zum Start sagen, übergebe ich an den Jonas kurz, dass du was zu deiner Person sagst. Genau, hallo, ich bin der Jonas. Ich bin von der Grundprofession Pädagoge, bin Mitarbeiter in der Fachstelle für Burschenarbeit. Den einen oder die anderen kennen mich vielleicht sogar vom Namen her, weil ich organisiere und koordiniere unsere sexualpädagogischen Workshops, die Freiräume. Und bin auch im Projekt der Burschenberatung mit TTG, wo wir Beratung online für Burschen anbieten zu Themen Sexualität und Männlichkeit. Genau, kurze Vor-Info vielleicht noch für alle. Wir haben vor, jetzt dann am Anfang ein kurzes Quiz zu machen. Und es wäre online, da wäre es gut, entweder ein Handy, ein Laptop oder irgendwas anderes dabei zu haben, um damit einsteigen zu können. Das Quiz läuft über Kahoot, das funktioniert ähnlich wie Wer wird Millionär von der Fragestellung. Genau, aber das werde ich dann eh später nochmal kurz, wenn wir dann losstarten mit dem Quiz. Genau, wir haben Input vorbereitet, es wird ein Quiz geben. Wir haben auch vorgesehen, dass es Zeit gibt für Fragen, egal ob jetzt im Chat oder mit Sprechen und Bild. Genau, also wenn es irgendwie geht, also wenn was schwer verständlich ist und das den Fortgang hindert, bitte gleich Fragen stellen, Verständnisfragen im Chat, so eher grundsätzliche Fragen vielleicht, wo Interesse besteht, tendenziell vielleicht eher dann gegen Ende, wenn wir Platz für Fragen haben. Jo, warum das Thema Bonografiekompetenz? Also was sind so unsere Bezüge? Ich beschäftige mich eigentlich schon länger mit dem Thema. Ein Grund war, es ist dann ein stärker Medialthema geworden in den Workshops. Es hat ja schon eine Zeit lang her, 2011, eine Studie gegeben, Sexuelle Gesundheit in der Steiermark von Herr Zisser, wo rausgekommen ist. Vor allem bei Burschen ist so die Hauptquellen, um Informationen über Sexualität zu kriegen, ist erste Stelle das Internet, zweite Stelle persönliche Gespräche und an dritter Stelle schon Pornografie. Ein wesentlicher Unterschied zu Mädchen, die viel stärker auf persönliche Gespräche zurückgreifen, um Infos zu bekommen. Das war auch so, das hat sich schon in den Workshops abgezeichnet und ist dann auch noch einmal, es war ja nur eine Studie, haben wir mehrere Studien belegt, auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das schon Handlungsbedarf ist, weil einfach das als Infoquelle stärker wird. Internet, Pornografie, haben dann auch ein Projekt dazu gemacht, Pornografie und Medienkompetenz, dazu später noch mehr. Also ich würde dann eh mit dem bereits angekündigten Quiz mal starten. Das Quiz geht über Kahoot und ihr seht jetzt am Bildschirm quasi diese E-Mail, also diese Website, das ist kahoot.it, das bitte eingeben und dann wird euch gefragt nach diesem PIN, dann diese sechsstellige Nummer eingeben und euch einen Nutzernamen aussuchen. Dann könnt ihr einsteigen und das Spiel funktioniert wie Wer wird Millionär, also immer eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten maximal, manchmal sonst weniger und genau, die ersten Spieler trudeln eh schon ein und ich werde die Fragen begleiten, also kurz die Fragen vorlesen, die Antworten vorlesen, nachher noch kurz was dazu sagen. Die Fragen sind natürlich auch nicht aus den Fingern gesaugt, falls irgendwer wissen möchte, wo denn diese Infos herkommen, mein Kind auch gerne am Schluss noch mal fragen, woher wir diese Infos haben, genau. Dann warten wir noch kurz, ob noch Leute dazukommen. Genau, das Kahoot hat ein bisschen eine kompetitive Ebene, man kriegt Punkte dafür, wenn man mehrere Fragen richtig beantwortet und je nachdem, wie schnell man Fragen richtig beantwortet. Und ihr habt dann als Antwortmöglichkeiten vier Felder, die mit Farben und Symbolen tituliert sind. So, ich werde dann anfangen. Und die erste Frage, wie viel ist die durchschnittliche Menge bei einem Samenerguss? Sind das 10 bis 15 Milliliter, 0,5 bis 2 Milliliter, 6 bis 9 Milliliter oder 2 bis 6 Milliliter? Genau, also das ist eh schon relativ gut beantwortet. Die richtige Antwort sind 2 bis 6 Milliliter. Das entspricht ungefähr einem Teelöffel voll. In Pornos wird da oft getrickst und getippt und es wird mit künstlichem Spermaersatz quasi die Menge aufgepusht. Erster ist der Simon mit 905 Punkten und weiter geht's. Zweite Frage, wie viel Prozent der 17-Jährigen hatten ihr erstes Mal noch nicht? Die Studie ist von 2010. Sind es circa 5 Prozent, circa 50 Prozent, circa 12 Prozent oder circa 35 Prozent? Ja, da ist das Ergebnis schon etwas anders verteilt. Tatsächlich sind es circa 35 Prozent, also Mädchen und Jungen, die mit 17 ihr erstes Mal noch nicht hatten. So, Simon bleibt weiter vorne. Und dritte Frage. Die Fotografie hat einen wissenschaftlich nachweislich negativen Einfluss auf Jugendliche. Wahr oder falsch? Nein, hat es nicht. Später werden wir genauer darauf eingehen, warum das so ist. Jetzt belassen wir es mal so. Und Simon bleibt weiter hin vorne. MM hat aufgeholt. So, vier von fünf. Was ist die durchschnittliche europäische Penislänge, erregiert von Erwachsenen? 6 bis 10 Zentimeter, 11 bis 17 Zentimeter, 17 bis 21 Zentimeter. Richtig drang zur Mitte, 11 bis 17 Zentimeter, irgendwo finden wir uns bei 14, irgendwas mit dem Mittelmaß wieder. Simon schaut ziemlich gut aus, ich glaube, das ist ein guter Vorsprung. So, fünf von fünf. Wie viele der 11- bis 17-Jährigen hatten schon Erfahrungen mit Kornografie gemacht? Weniger als ein Viertel, etwa die Hälfte, etwa zwei Drittel oder ungefähr zwei Drittel? Äh, drei Viertel. Ja, ihr gleich verteilteres Ergebnis. Es sind circa zwei Drittel der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren, die schon Erfahrungen mit Kornografie gemacht haben. So, wer hat gewonnen? Oh, Sexualpädagogik. Iris auf zweiten Platz. Simon. Genau. Das wäre unser Quiz gewesen und ich darf weitergeben an Michi mit einem Input. So. Ja, danke fürs Mitmachen, Mitspielen. Wir werden, wie der Jonas schon gesagt hat, so einzelne Aspekte des Quizes dann nur aufgreifen, beziehungsweise versuchen aufzugreifen. So jetzt was Grundsätzliches zum Thema. So im Medialdiskurs, aber auch im Fachdiskurs kursiert so der Begriff der Pornografisierung. Also Pornografie ist grundsätzlich, das sind Darstellungen, explizite Darstellungen, wo der sexuelle Akt im Vordergrund steht. Sehr starker Fokus auf Genitalien, während so emotionale Dimensionen, Beziehungsdimensionen, psychische Dimensionen, die werden eher ausgeklammert und es geht eben vorwiegend darum, beim Betrachter, ich glaube ja, man kann durchaus auch sagen, Betrachter stimmt in dem Fall, also dass man es nicht gendert, sexuelle Erregung auslöst. Also das ist so grundsätzlich, was heißt Pornografie. Ein Begriff, der damit so in Verbindung steht, ist die Pornografisierung. Da ist es eben wichtig, ich glaube, das erleben wir alle, das ist so ein Allgemeinplatz mittlerweile schon, dass es, also so ein Aspekt einer Pornografisierung, könnte man sagen, ist so die zunehmende Verfügbarkeit und Nutzung von Pornografie im Internet. Trotz der rechtlichen Regulierungen, trotz technischer Regulierungen. Was vielleicht aber auch wichtig ist, ist so ein zweiter Aspekt, dass es auch zunehmend Pornografiebezüge in der Populärkultur gibt. Also in der Mode, in der Werbung, in der Musik. Ein Begriff, der in diesem Kontext entstanden ist, ist nicht mehr ganz neu, aber ich finde, er bildet sich schon auf zum Beispiel Instagram ab, ist so dieser Begriff, also so ein zeitdiagnostischer Begriff des pornosexuellen Mannes. Also Sporno, so eine Mischung aus Sport, Porno und Mode. So eigene Codes, ein eigener Style, ein eigener Lifestyle, wo so eben schon starke Bezüge auch zur Pornografie sind. Ein paar No-Fragezeichen. Warum es auf jeden Fall wichtig ist, genauer hinzuschauen, was auch medial diskutiert wird und ich glaube, wo auch in der Praxis der Jugendarbeit draufgeschaut werden muss. Also im Sinn von, da gibt es, das könnte potenziell problematisch einfach sein für Kinder und Jugendliche, ist Motive oder Szenen von Gewalt, Erniedrigung, Unterwerfung in Pornos. Vor allem in der professionellen Mainstream-Pornografie werden sehr schon Geschlechterstheratype-Bilder vermittelt, wo schon die Frage ist, was löst das dann aus bei den Kindern, bei den Jugendlichen, die das sehen. Also so das Bild, die Frau, die immer will, der Mann, der immer kann, so zugespitzt und vielleicht nochmal in einer fachlicheren Sprache formuliert. Es gibt immer schon in der fachlichen Debatte von einzelnen Studien Warnungen, also Warnungen vor einer Zunahme aggressiven sexuellen Verhaltens. Es wird auf die Gefahr der Pornografie-Sucht hingewiesen, auf eine mögliche Gefahr im Hinblick auf Verunsicherung von Körperselbstbild und Selbstwert. Also was löst es dann bei den Jugendlichen aus, die das sehen? Eben, und das ist schon so drinnen in dieser Aussage, die Frau, die immer will, der Mann, der immer kann, so eine Fixierung auf heterosexuelle Geschlechtsrollen-Stereotype. Das wären so, wenn man drauf schaut, was ist da potenziell gefährlich oder, ja, wo lohnt der Blick hin, das pädagogisch aufzuarbeiten, dann sind das in der Regel die Aspekte, die wichtig sind oder angeschaut werden sollen. Gleichzeitig, ich habe das jetzt so unter ein paar Yes subsummiert, wird schon deutlich, gerade so durch Social Media Web 2.0, dass diese, dass Menschen, Jugendliche selbst gestaltend tätig sind, dass das zu, also es gibt da Hinweise, dass in diesem weiten Feld der Pornografie schon sowas wie Demokratisierung stattfindet. Also Amateurpornografie oder Jugendliche, dass sie Eigenkreationen machen, Stichwort Sexting. Also es hat sich da schon was verändert im Sinn von, dass das gewisse, eine gewisse Industrie, gewisse Firmen, dann Pornos produziert haben, dass da stärker Richtung Bewegung ist, dass die Menschen selber Amateurpornografie erzeugen, dass Jugendliche Bilder von sich erzeugen, Videos selber verschicken. Also da ist eine Änderung passiert. Und das kann man auch gut wahrnehmen, da gibt es eben so Gleichzeitigkeiten. Also andererseits, wenn man eine Mainstream-Porno-Webseite öffnet, man wird sehr stereotype Bilder sehen, aber auch eine große Diversifizierung. Das heißt, es gibt mittlerweile irrsinnig viele Kategorien, wo sich schon eine gewisse Vielfalt abbildet an Körpern, an Körperformen, an Hautfarben, an bestimmten Vorlieben. Also sogar auf den Mainstream-Plattformen gibt es mittlerweile unzählbare Unterkategorien, wo schon eine Vervielfältigung stattfindet. Und wo schon so Hinweise ergibt, dass es vor allem zum Beispiel für queere Jugendliche, für transidente Jugendliche, dass sie da schon auch in der Pornografie Vielfalt widerspiegelt und das möglicherweise einen identitätsstabilisierenden Effekt hat, weil eben das auch zunehmend vielfältig wird und sich Vielfalt abbildet. So viel zu, was sind so möglicherweise kritische Aspekte, wo es aber trotzdem hinzuschauen, um nicht in eine Verallgemeinerung oder in eine Panik zu kommen. Also die Sache mit der Pornografie und welche Effekte hat sie auf Jugendliche, die ist im Detail nicht so einfach. Also da ist der mediale Diskurs oft einfacher, einheitlicher gestrickt. Die wissenschaftlichen Ergebnisse sind da uneindeutiger, vielfältiger und damit übergeben wir den Jonas. Genau. Also wie der Michi schon gesagt hat, der mediale oder der öffentliche Diskurs ist oft sehr einfach gestrickt. Da geht es oft darum, dass ein Bild gezeichnet wird, das von sexueller Verwahrlosung spricht, wo Jugendliche durch Pornografiekonsum unfähig werden zu lieben oder süchtig werden oder sofort in irgendwelche Abhängigkeiten oder deliquentes Verhalten abrutschen. Tatsächlich ist es aber oft eher so eine Kausalitätsannahme. Wissenschaftlich ist es nicht ganz so einfach, da ist eher ein bisschen ein kontroverseres und komplexeres Bild zu sehen, weil auch jetzt mittlerweile bekannt ist, dass wesentlich mehr Studien zu den negativen Folgen gemacht werden und positive Folgen oft gar nicht wirklich untersucht werden oder reflektiert werden. Das heißt, es gibt einfach wesentlich mehr Ergebnisse zu den negativen, weil es wesentlich mehr beforscht ist. Und oft wird auch nur die Medienwirkung beforscht, das heißt die Langzeitfolgen oder Ähnliches sind in diesen Studien auch nicht drinnen. Was das Ganze schwer macht, empirisch tatsächlich irgendwelche Folgen durch Pornografiekonsum spiegeln zu lassen. Ein bisschen was hat der Michi schon durchgelassen. Was bekannt ist, dass Pornografiekonsum oder übermäßiger Pornografiekonsum quasi einen Verstärkungseffekt haben kann. Das heißt, gibt es bei den Jugendlichen schon Tendenzen, die zu negativen Geschlechterrollen oder zu Gewaltstrukturen oder Ähnlichem führen könnten? Und die Jugendlichen sind in einer Bubble, wo sie dann für Pornografie mit Gewaltdarstellung konsumieren zum Beispiel. Verstärkt sie das natürlich. Oder die Sachen werden ein bisschen modifiziert, weil sie eben auf Inhalte stoßen. Genau. Was aber auch wichtig ist in dieser Fragestellung quasi, was macht Pornografie mit Jugendlichen, ist, dass man ein bisschen einen Perspektivenwechsel einnimmt. Und es wird immer gefragt, was machen die Medien mit den Jugendlichen. Aber eigentlich, bevor man sich diese Frage stellt, muss man sich die Frage stellen, was machen eigentlich die Jugendlichen mit den Medien. Weil erst dann kann man schauen, okay, was machen die Medien mit den Jugendlichen. Und was wichtig wird, wenn man diesen Perspektivenwechsel einnimmt, ist, dass man darauf schaut, welche Kompetenzen und Fähigkeiten bei den Jugendlichen schon vorhanden sind oder eben noch nicht vorhanden sind. Das heißt, was können die Jugendlichen schon, was können sie noch nicht, weil sie viel von diesen Medien konsumieren. Und mittlerweile hat es da auch ein bisschen einen Wechsel gegeben in der Ansicht, weil Jugendliche mittlerweile mehr als aktive Mediennutzer gesehen werden, die die Medien nicht nur nutzen, sondern auch mitgestalten. Das ist ja nicht reine Reaktionsdeppen. Und sieht man Sexualität jetzt als Entwicklungsaufgabe, nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen, dann kommt man eben auch darauf, das ist nicht etwas Selbstverständliches, was sich automatisch irgendwie bildet mit der Reifung des Körpers. Das heißt, es ist etwas, was aktiv bestritten werden muss, was mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und während man sich damit auseinandersetzt, werden Jugendliche oft konfrontiert mit Unsicherheiten, Unwissen, Ängsten, Anforderungen, Idealen und Normen, aber auch mit den eigenen Wünschen und Erwartungen und Erfahrungen. Und Jugendliche versuchen dadurch oft irgendwie sexuell handlungsfähig zu werden, also sie dieses Wissen anzueignen. Und Jugendliche nutzen dadurch alle Ressourcen, die sie für selber qualitätsvoll halten. Und das kann sein oder ist für einerseits Pornografie und andererseits andere Internetplattformen. Ob das jetzt tatsächlich vom Sexualpädagogischen zu wertvoll ist, ist jetzt dahingestellt. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzustellen, wie nutzen Jugendliche die Medien? Also es gibt Unterschiede in der Pornografienutzung, im Pornografiekonsum. Andererseits aufs Geschlecht. Also es ist bekannt, dass tendenziell mehr Wurschen aus Mädels Pornografie nutzen und diese auch als erregend anfinden. Viele Mädels sind eher ein bisschen angeekelt, wobei man sagen muss, das sind jetzt Tendenzen und das kann man nicht generalisieren. Und es gibt Unterschiede auf die Settings, in denen Pornografie konsumiert wird. Schaue ich mir Pornografie jetzt alleine an? Schaue ich mir sie in einer Gruppe an? Oder schaue ich mir sie mit Partner, Partnerin an? Und ein ganz wichtiger Unterschied, der auch die Erfahrungen ganz stark beeinflusst, ist, schaue ich mir oder komme ich in Kontakt mit Pornografie gewollt absichtlich oder ungewollt? Und was spannend dabei ist, dass Jugendliche einen sehr ambivalenten Zugang zur Pornografie haben. Denn einerseits wissen sie, es ist irreal, es entspricht nicht unbedingt der Realität, was da gezeigt wird. Und andererseits schreiben sie dem Ganzen aber durch eine sehr starke aufteilische Wirkung zu. Wozu benutzen jetzt Jugendliche Pornografie? Im allgemeinen Kontext wird oft nur davon geredet, dass sie sie zur Selbstbefriedigung, also zur Anregung konsumieren. Tatsächlich gibt es aber wesentlich mehr Aspekte, warum Jugendliche Pornografie konsumieren. Also gerade in Gruppen, zum Beispiel bei Burschen, ist es oft, um Souveränität zu souverieren. Also ich kenne mich aus in dieser Welt von Pornografie, aber auch gleichzeitig in der Gruppe die Belustigung, also der Spaßtrauen, man sieht was und die Abgrenzung. Und dadurch auch wieder die Herstellung der eigenen Normalität. Quasi in der Gruppe, ja, wir finden das alle gut, wir finden das alle nicht gut. Was in Mädchengruppen oft passiert, ist, dass Pornografie eben in Gruppen geschaut wird, um ein bisschen an Tabubruch zu gehen. Also dieses quasi nicht erlaubte, als Frau Pornografie zu konsumieren, um da einfach das zu machen. Oft ist es auch reine Neugier, manchmal, wo Jugendliche auch einfach dezidiert die Infos haben, gerade wenn es um Stellungen geht oder Ähnliches. Und das Themen sind, die man vielleicht nicht mit Erwachsenen oder mit Workshop-Menschen oder Ähnlichem klären möchte. Was auch aus der Wissenschaft herausgeht, ist, dass quasi eine gewisse Pornokentnis erworben werden will, weil es sozial quasi schon anerkannt ist, dass man unter Jugendlichen sie zumindest auskennt in diesem Fachgebiet und was dazu sagen kann, in Gruppen dazu beitragen kann. Die Information und Aufklärung habe ich auch schon ein bisschen angesprochen. Also ganz klar, es gibt jetzt die Tendenz dazu, auch die Pornoseiten haben mittlerweile diesen Trend aufgegriffen und haben eigene Kategorien mit Anleitungen zum Beispiel geschaffen für Stellungen oder Ähnliches. Und ein wichtiger Punkt, der sich mit dem ein bisschen überschneidet, ist dieses besser vorbereitet sein wollen auf das erste Mal. Also man erhofft sich irgendwie da Informationen zu kriegen, wie funktioniert es so, wie läuft es ab. Und um Pornografie oder Pornografie-Kompetenz gut nutzen zu können, ist es wichtig, dass man die Sachen aufgreift und aus Kommunikationsanlass sieht und um aus Anlass zu sehen, quasi eine Auseinandersetzung und eine Bewertung damit zu starten. Also sich damit auseinanderzusetzen auf verschiedenen Dimensionen, Aspekten, nämlich was passiert da sexuell, was passiert körperlich, was passiert mit dem Begehren und was passiert mit der Medieninszenierung. Und dann noch eine Bewertung des Subjektiven. Was macht das mit mir, wenn ich das konsumiere, wie finde ich das? Genau. Und ein recht gutes Modell dazu gibt es von der Döring. Da darf ich mich wieder an die übergeben, Michi. Ich starte an die Präsentation. Ja. Ja. Rekater. Das ist die Frage. Aber jetzt muss ich wieder auf Zoom drucken. Wie du es denn so Tab wechseln beim Mac? Das sieht man jetzt hier schon, oder? Nein? Wir sehen noch nichts. Okay. Jetzt müsst ihr jetzt was sehen, oder? Perfekt. Gut. Ich glaube, es sind so zwei Dinge wichtig. Einerseits, und wir haben, glaube ich, noch Zeit, um genau über das zu reden. Es gibt sicher kein Patentrezept oder Kochrezept, wie man das Thema Sexualität oder Pornografie in der Jugendarbeit anspricht. Ich denke, das ist sehr abhängig von der Situation, aber da können wir dann gerne darüber reden, was da vielleicht wichtig ist, wo man sich festhalten kann. Also da gibt es vielleicht kein Kochrezept, wo es vielleicht kein Kochrezept gibt und gleichzeitig, glaube ich, macht es Sinn oder können es hilfreich sein, schon so Anhaltspunkte. Und deshalb jetzt auch noch mal diese Folie, was so recht eigentlich ein komplexes Modell, aber noch mal versucht, auf eine Folie zu bringen, das Modell der Pornografie-Kompetenz von der Nicola Döring, so basierend auf Medienkompetenzmodellen. Und sie nennt es das Drei-Ebenen-Fünf-Komponenten-Modell. Also einerseits geht sie generell von drei Ebenen aus in Bezug auf sexuell explizite Inhalte. Das ist einmal die Ebene der Bewertung, also wie, wenn ich pornografisches Material sehe, wenn ich das sehen will oder wenn ich vielleicht auch damit konfrontiert wäre, wie bewertet ich das, wie verarbeitet ich das. Die zweite Ebene ist wirklich so die aktive Nutzung, also was könnten da hilfreiche Kompetenzen sein in der Nutzung bis hin zur Gestaltungskompetenz als dritte Ebene. Wobei Gestaltungskompetenz erheißen könnte, eine volle Abstinenz, also dass das keine Option ist, also dass man keine Sexting-Inhalte gestaltet oder sonstige Videos bis hin. Aber wie kann ich das machen, wie kann ich das nutzen in einer selbst- und sozialverantwortlichen Art und Weise. Also da unterscheidet sich einmal so grundsätzlich zwei Ebenen der Bewertung, drei Ebenen der Bewertung, der Nutzung und der Gestaltung, also wo wirklich selber was produziert wird. Ein bisschen handfester und griffiger sind diese fünf Komponenten. Sie hat so fünf Bündel, das sind die gelben Post-its, so fünf Bündeln an Fähigkeiten und Kompetenzen rausgearbeitet. An mit Medienkunde an. Das ist vielleicht noch wichtig, wenn ich das jetzt so durchgehe, das kann hilfreich sein oder hoffentlich hilfreich auch zur Selbstreflexion. Das ist ja auch ganz wichtig, welche Einstellung habe ich eigentlich als Jugendarbeiter, als Jugendarbeiterin oder Pädagoge, Pädagogin zum Thema Pornografie. Wie denke ich da eigentlich drüber? Also das, wenn ich das jetzt so vorstelle, kann das auch genutzt werden, dass ich für mich das selber reflektiere, mir diese Ebenen, Fragen anschaue. Aber natürlich auch, dass ich mir da Inhalte, Fragestellungen rausnehme, um sie mit Jugendlichen auch zu besprechen, zu diskutieren. Also das sind beide Ebenen drinnen. Und das würde ich auch gerne nochmal betonen, dass schon das eigene anzuschauen und wie stehe ich eigentlich dazu? Was sind eigentlich meine Überlegungen dazu, dass das auch wichtig ist, zentral genau, bevor man so klein in die pädagogische Umsetzung geht? Post-it 1, Medienkunde. Was fällt da rein? Überhaupt einmal, so wie es ihr dargestellt habt, was ist denn überhaupt Pornografie? Bis hin zu, und das ist was, was jetzt auch im Quiz vorgekommen ist. Also Penisgröße, Spermamenge. Also ich weiß das einfach aus den Workshops mit den Jugendlichen, bei Burschen ist das ein Riesenthema. Also ist ein komplexes Thema, Penisgröße, da geht es ganz stark darum, was macht man mit so einem sexuell attraktiven Mann, aber das beschäftigt sich. Oder eben, boah, da sind immer Spermaergüsse in den Pornos zu sehen und bei mir kommt nur so wenig. Das erzeugt Verunsicherung. Das heißt, Medienkunde heißt, hinzuschauen, aufzuklären, Infos zu geben den Jugendlichen, wie laufen das eigentlich in Pornos, also das Tricksen in Pornos. Dass das natürlich, das sind Schauspielerinnen in der professionellen Mainstream-Pornografie, die werden gecastet nach bestimmten Merkmalen. Es werden bestimmte Beleuchtungsverhältnisse, Kameraeinstellungen, bestimmte Schnitttechniken verwendet, so dass zum Beispiel gewisse Körperteile oder Penisse einfach größer werden. Also da Infos zu geben. Infos, dass vielfach eben künstlich erzeugte Sperma verwendet wird aus Kokosmilch oder Kondensmilch und Eiweiß. Also da gibt es ganz viele Tricks in der Pornobranche, was glaube ich wichtig ist, diese Infos zu haben selber und die, wenn es einmal passt, erweiter zu geben. Und natürlich, Medienkunde, da würde er reinfallen, darüber hinzuschauen, so welche, wo geht es sehr stark in die Fiktionalität, was ist sehr stark Schauspiel, also so Mainstream-Pornografie, wo ist das vielleicht weniger der Fall, wenn es um Amateur-Pornografie-Eigenkreationen geht. Kritikfähigkeit ist einfach einen kritischen Blick hinwerfen, wir wissen das eigentlich, was könnte der eigene Pornografie nutzen, was könnte so viele Nachteile haben, was heißt denn das, wie viel Zeit verwendet dafür, entstehen da Kosten, was sind denn eigentlich die Grenzen der Legalität, was sind Gefahren, wo laufe ja Gefahr, Gesetze zu verletzen, bis hin zu kritisch hinzuschauen oder ehrlich zu sein, einen ehrlichen Blick, was sind denn eigentlich meine eigenen widersprüchlichen Reaktionen auf Pornografie. Also ich habe oft in die Workshops einfach die Jugendlichen gefragt, so, ja, wie sind denn Pornos eigentlich so, was fällt euch denn dazu ein? Und da kommt halt oft sehr einseitig manchmal halt sozial erwünscht, also nein, das ist eh alles fake und es stimmt nicht so, wo dann vielleicht aber dieser Teil, dass manche schon erregend sind, einfach nicht gesagt wird. Oder, wenn da so ein großer Coolnessdruck ist, ja, Pornos, geil, cool, wenn man dann aber genauer nachfragt, dass es auch sehr wohl bei Burschen, dass die auch irritiert sind oder Ekelgefühle haben, also um da diese Ambivalenz reinzuholen und dass das okay ist, also zum Beispiel, dass es erregend ist und dass manche Pornos auch abstoßen, also dass das okay ist in dieser Ambivalenz, das wird da auch reinfallen, Kritikfähigkeit. Genussfähigkeit ist, hat da Jonas teilweise schon angesprochen, das ist das dritte Post-it jetzt. Pornografie hat verschiedene Funktionen oder es gibt verschiedenste Motive, Pornografie zu nutzen, bis hin zu Neugier, Spaß und Unterhaltung in der Gruppe, Entspannung, Informationen über sexuelle Stellungen und Praktiken bis eben zur Bestätigung der eigenen sexuellen Identität. Also das darf man nie übersehen, sozusagen, oder da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn man so in eine generelle Negativwertung kommt, dass gerade für queere Jugendliche durchaus, oder dass man darüber diskutieren muss, dass Pornografie eine identitätsstabilisierende Funktion hat. Also hinzuschauen, ja, Genussfähigkeit. Also ich habe wirklich teilweise in den Workshops ganz einfach simpel die Jugendlichen gefragt und ich habe es dann auf Flipchart gesammelt, was sind die Vorteile von Pornografie, was sind die Nachteile. Also das wird so reinfallen in eben Kritikfähigkeit, Genussfähigkeit. Und da kommt erstaunlich viel eigentlich, wenn man so offen und einmal zunächst wertfrei fragt, ja, was fällt euch ein, was sind Vorteile, was sind Nachteile. Viertes Post-it oder viertes Fähigkeits-Fertigkeitsgründel ist natürlich so Metakommunikation. Wie kann ich eigentlich, sich das selber zu überlegen als Pädagoge, Pädagogin, Jugendarbeiterin, aber wie tue ich dann mit den Jugendlichen, wie kann ich in adäquater Weise über Pornografie sprechen? Was ist denn da die richtige Sprache? Was sind die richtigen Worte? Was passt in der Situation, auch in meiner Rolle als Pädagoge, Pädagogin? Also dann einmal genau drauf zu schauen, was sind denn da, wie kann ich das in einer passenden Form ansprechen, in welcher Situation? Fähigkeit zur Selbstreflexion, das habe ich auch schon angerissen. Das ist natürlich, genau, kann man auf Jugendliche beziehen, kann man aber auf sich selber beziehen als Jugendarbeiter, Jugendarbeiterin. Wie ist denn eigentlich mein eigener Standpunkt zu dem Thema? Wie sind da meine Haltungen? Habe ich mir da schon Gedanken drüber gemacht? Bis hin zu, dass ich mich selber frage, was findet ihr eigentlich schön oder anregend, aufregend, interessant in Pornos oder in gewissen Pornos? Was finde ich unangenehm, abstoßend, eklig, angstmachend? Also genau, bei sich nochmal zu schauen, aber auch versuchen, bei den Jugendlichen diese Selbstreflexion anzustoßen. Also es ist halt, ich hoffe, das ist jetzt rübergekommen, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, vielen ist das eh klar, aber ich kann mich, also es ist in der Jugendarbeit halt nicht sehr praktikabel, sie halt vornehm rauszuhalten. Oder zu sagen einfach, ich finde Pornos einfach kritisch, ich setze mich mit dem nicht auseinander, ich setze mich nicht mit den Jugendlichen damit auseinander, mit ihren Fragen, Irritationen, Unsicherheiten. Das heißt, ich muss mit dem Gegenstand eine Beziehung treten mit den Jugendlichen und das einmal in einer möglichst wertfreien Art und Weise und um in eine Diskussion, Auseinandersetzung zu kommen. Und das Ziel ist eben, die Jugendlichen selber zu stärken, dass sie urteilsfähig werden, dass sie für sich möglichst entscheiden können, einordnen können, verarbeiten können, bewerten können, dass sie ein eigenständiges Urteil treffen. Im Sinn von, das ist für mich okay, das finde ich irgendwie erregend, da ist sogar ein Teil, den würde ich vielleicht übernehmen, aber das ist was, was mir auch vielleicht abstoßt oder was unangenehm ist. Das würde ich so nicht in meinen sexuellen Erfahrungen oder mit meinen Beziehungen. Also das wäre so das Ziel, warum wir dieses Kompetenz, Pornografie-Kompetenzmodell bringen. Das heißt, über welche zu schauen, über welche Fähigkeiten verfügen Jugendliche, was fehlt vielleicht noch. Und mit ihnen in einen Austausch zu treten, mit dem Ziel, sie zu befähigen, dann eigens, dass sie selbst gute Einschätzung treffen können. Gut. Also auch wie anfangs in dem Quiz schon vorkommen, ist zwei Drittel der Jugendlichen zwischen 11 und 17 haben schon Kontakt mit Pornografie gehabt. Und da ist es ganz normal, dass dann Fragen, Irritationen und Sorgen aufkommen. Und das ist wiederum die Herausforderung der Pädagogik, sie dem zu widmen. Ganz lang war es quasi das Paradigma, dass man gesagt hat, na, man thematisiert es einfach nicht und damit halten wir Jugendliche von Pornografie fern. Aber das funktioniert einfach nicht. Pornografie und Internet sind Teil der Lebenswelt von Jugendlichen. Und genau deshalb muss man sich damit auseinandersetzen, einen Raum schaffen, in dem man über die Sachen reden kann. Das ist möglichst wertfrei und auf Augenhöhe. Und sagen kann, hey, wenn du Fragen hast, komm her, wir können darüber reden. Und ob das jetzt der Realität entspricht oder nicht, kann man dann gemeinsam feststellen. Und ja, was jetzt auch ein Vorteil davon ist, wenn man sich mit Pornografiekompetenz auseinandersetzt, ist, dass man ein bisschen so diesen Bedrohungsszenarien oder der Moralpanik, die medial oft irgendwie skizziert wird, im Gegenwirkung hat. Dass man einfach einen gesünderen Umgang für Pornografie mit den Jugendlichen schafft. Ja, und daraus resultierend haben wir ein paar Themen für die Jugendarbeit zusammengeschrieben. So, jetzt einmal abschließend, bevor wir dann in mögliche Fragen gehen. Also, was wären so, dass unsere Erfahrungen, was sind so Fragen, Themen, die dann auftauchen, wo es sehr wohl wichtig ist, dass da die Pädagogik einhackt. Eben zum Beispiel, wichtiger Punkt, Geschlechterverhältnisse im Sexuellen. Also, welche Geschlechterverhältnisse büden sie im sexuell expliziten Material ab? Also, da ist oft ein großer Druck, da eben bei den sexuellen Erfahrungen, welche, also die haben die Jugendlichen oft sehr verinnerlicht. Was muss ich, wie habe ich als Mann zu sein bei der Sexualität? Welchen Anspruch stelle ich da selber an mich? Wie habe ich als Frau zu sein? Also, das noch einmal, diese Geschlechterthematik, die Geschlechterverhältnisse und die Bilder, die sitzen oft sehr tief und erzeugen einen großen Druck. So oder so muss sie sein, dass sie sozusagen ein richtiger Mann bin oder dass sie, ja, richtige Frau bin. Großes Thema ist also das Verhältnis von sexuellen Beziehungen und Liebesbeziehungen. Ich versuche es ein bisschen konkreter zu machen, also oft Thema bei den Jugendlichen. Zum Beispiel, dass grundsätzlich, ich habe jemanden kennengelernt und es passt vom Kopf her und ich bin da gern mit der Person zusammen, bin da gern nahe. Aber heißt das jetzt automatisch, dass sie auch mit ihr Sex haben möchte? Also, dass ich Lust dazu habe, dass ich bereit dazu bin, dass ich auch sexuell erregt bin? Also, das verschwimmt dann oft und da ist ein gewisser Druck auf da bei den Jugendlichen. Aber wenn vielleicht vom Kopf her alles passt und sie gern Zeit verbringen, ist oft der Druck da, dann muss ich da ein bisschen Sex haben. Aber das ist nicht automatisch. Also, ich kann, das kann passen, ich kann gern Zeit mit der Person verbringen, aber das heißt nicht, dass automatisch das mit Sexualität verbunden sein muss. Also, da verschwimmt oft so Verliebtsein und Sexualität. Und bis hin zur Frage, ist es auch okay zum Beispiel, also sexuelle Erfahrungen zu machen ohne Liebe, ohne Verliebtsein? Das ist auch eine Frage. Ich glaube, das sind Themen, die auch uns Erwachsene, also die Erwachsene stark beschäftigen. Immer wieder Fragen aufwerfen, Verunsicherungen, wo wir viel, hoffentlich viel drüber reden oder uns zumindest sehr stark beschäftigen. Und bei Jugendlichen ist das, glaube ich, nochmal sehr ähnlich. Was auch schon als Thema gefallen ist, Thema Schönheits-, Körper- und Begehrensnormen. Also da in einen Austausch, einen kritischen Austausch zu kommen, welche Bilder werden da erzeugt, reproduziert, wo wird vielleicht eine Vielfalt abgebildet. Wo gibt es mittlerweile vielleicht auch, das ist natürlich ein bisschen ein heikles Thema, aber es gibt mittlerweile auch queere Pornografie oder Pornografie von Frauen für Frauen, die halt weniger bekannt ist. Und natürlich abschließend, ganz wichtig, Fragen von Macht und Gewalt. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da immer im Austausch zu bleiben. Wo ist die Grenze? Was erlebt jeder individuell als Grenze? Wo wird es unangenehm? Wo beginnt Gewalt? Also Fragen von Macht und Gewalt, da einen Blick drauf zu haben. Und die Frage nach dem, also was auch bei uns in den Workshops und Beratungen immer wieder Thema ist, so, was macht eigentlich guten Sex aus? Muss guter Sex sein, so wie in den Pornos? Also gerade wenn man sich sehr einseitig informiert durch Pornografie und da keine Reflexionsmöglichkeit hat, kann man ja das Bild kriegen, dass Sex unbedingt so ablaufen muss, wie in den Videos. Was dann natürlich in den Menschen ganz viel Leistungsdruck irgendwo verursacht. Du musst die Frau möglichst oft kommen lassen und nur wenn sie laut stöhnt, dann hat sie ja wirklich einen guten Orgasmus. Und auch in der Wissenschaft oder in der Literatur ist da oft von einem Leistungsdruck zu reden oder vom Zwang zum Orgasmus sogar. Also quasi, dass immer dieses Bild formuliert wird, dass Sex nur dann gut sein kann, wenn wirklich ein Orgasmus stattfindet. Und das ist halt auch etwas, was in den Köpfen irgendwie stark verankert ist oder was wir auch viel mitkriegen. Genau. Gut, wir haben alles, was wir erzählt haben, gibt es ja Folien, also zusätzliche Folien, auch zu die, die wir gezeigt haben. Das kriegt ihr dann alles genau mit den Bestätigungen, soweit ihr das jetzt richtig verstanden habt. Ja, das stimmt. Und ihr könnt euch eine Fragen stellen. Bitte in den Chat reinschreiben. Und zwar hat ganz am Anfang eigentlich schon, es hat es eine Frage gegeben. Es war bei der ersten Folie von Michael, glaube ich, Michael, bis es Porno war, glaube ich, war die Frage. Warnung vor Zunahme aggressiven sexuellen Verhaltens im Porno oder im realen Leben. Wie ist das gemeint? Also, ja, schon im realen Leben. Also diese Frage, was ist, wenn Gewaltpornografie genutzt wird, sozusagen welchen Einfluss hat das? Also gibt es da Gefahr, dass das dann in den tatsächlichen Beziehungen der tatsächlichen realen Sexualität dann angewandt wird? Und das ist immer eine Frage von der Darstellung, weil in Pornografie Konsens nie groß thematisiert wird. Und wenn man dann in einer Bubble ist und viel Pornografie konsumiert, wo es körperlicher wird, sage ich jetzt einmal, was ja auch irgendwo ein Teil der Sexualität sein kann, aber immer unter Konsens passieren muss und man macht das dann ohne Konsens, dann ist das einfach ein gewaltvoller Sex. Und das ist was, was eigentlich nicht sein sollte. Und vielleicht ganz kurz, sehr kurz zusammengefasst, also man spricht von so einem Strukturverstärkungseffekt oder an dem Matthäuseffekt eigentlich aus dem Matthäusevangelium, wer hat dem wird gegeben. Also kommt eigentlich aus der Erforschung der psychischen Wirkungen des Internets, also wo man sagt, dass Jugendliche, die viele psychosoziale Ressourcen haben, dass die das Internet nutzen können, um ihre Lebensqualität noch zu steigern, dass es aber Jugendliche, die psychosoziale Defizite haben, das einzuordnen, die wenig Medienkompetenz haben, dass das dann eher schädlich wirkt. Und das kann man auf die Pornografie übertragen, dass ein Teil der Jugendlichen, die sehr medienkompetent sind, bis hin zu sogar Pornografie nutzen können, um Infos zu generieren für Stellungen, Praktiken, aber dass es auch eine gewisse Risikogruppe gibt, also Jugendliche, wo es vielleicht eine Gewaltdisposition gibt, die ganz wenige psychosoziale Ressourcen haben, dass es da eine Risikogruppe gibt, wenn Donau sozusagen Pornografie dazukommt, wenn exzessiv Gewaltpornografie konsumiert wird, dass sich das sehr verstärkt und dass das bei solchen Risikogruppen sehr wohl dann einen negativen Einfluss hat. Also wird so das Strukturverstärkungseffekt oder Matthäusprinzip genannt. Also genau, man muss jetzt sehr schauen und bei Jugendlichen, die wirklich viele Risikofaktoren vereinen, da geht es dann bis hin dazu, dass es da schon wichtig ist, ihnen auch psychosoziale, wirklich sozia- oder psychotherapeutische Unterstützung zukommen zu lassen. Es ist noch wieder von der gleichen, also die Frage gestellt hat, Sie hat da noch geschrieben, ich glaube, es war eine Erwähnung einer Studie, die besagt, dass es vermehrt aggressives sexuelles Verhalten gibt. Diesbezüglich habe ich gemeint, ob sich diese Studie auf das reale Leben bezieht oder ob die Studie das in der Pornografie beobachtet hat. Das möchte ich nur dazu anfangen. Ja, es ist eine Studie von Hidl, also meines Wissens bezieht sich der aufs reale Leben, also warnt halt vor Gefahren. Ich kann es dann nochmal in die Literaturliste geben. Super, bitte. Ist da auch dieser Effekt, den du jetzt gerade beschrieben hast, in den Folien drinnen und dann? Fragt auch jemand? Dieser, genau, der Matthäus, der Strukturverstärkungseffekt ist in den Folien und ist so von der Rekulateurin beschrieben. Kommt in den Folien vor. Gut, dann schreibt noch die Feli, wir haben ja von Penislängen und so weiter im Porno geredet, wird mit den Jugendlichen dann aber auch geredet, wie die Startdarstellung von Wuhl, wenn ein Pornos ist. Das wäre ja auch ein guter Ansatzpunkt. Oder ist es wurscht bei den Burschen? Ja, also grundsätzlich wird schon generell über Körperdarstellung und eben, dass das professionelle Schauspieler, Schauspielerinnen sind, die gecastet werden, eben nach viel äußerlichen Kriterien und dass da auch ganz viel getrickst wird, eben mit Aufnahmen, mit Beleuchtung, mit Ähnlichem und dass ganz viel auch Schönheitschirurgie ist, die da eben die äußeren Schadenlippen zum Beispiel angeht oder eben künstliche Brüste und Ähnliches. Jetzt kommt noch eine Frage. Wie kann altersgemäße Pornokompetenz beziehungsweise Aufklärung bei Kindern im Grundschulalter passieren? Viele der Kinder, die ich betreue, haben bereits Hardcore-Pornografie konsumiert, können dies aber kognitiv noch gar nicht reflektieren. Ich denke mal, es ist einfach mal wichtig, mit ihnen darüber zu reden, was denn das macht mit ihnen, wenn sie das konsumieren, ob dann tatsächlich Fragen aufkommen, ob irgendwelche Gefühle entstehen und einfach mal einen niederschwelligen Ansatz, um da wertungsfrei drüber zu reden, nicht sagen, hey, du bist böse oder was weiß ich, weil du Pornografie konsumiert hast, sondern einfach mal zu schauen, okay, du hast das konsumiert, was macht das mit dir? Spürst du irgendwas dabei? Was sind die Veränderungen? Was glaubst du denn, was das aussagt? Und gerade Grundschule würde ich sagen, ich hoffe, es ist okay, aber ich glaube, gesehen zu haben, dass die Gabrielli Rothuber dabei ist, die, glaube ich, viel im Grundschulbereich als Sexuarpädagogisch arbeitet. Also ich würde eher dafür plädieren, also das in einem breiteren Kontext sexueller Bildung zu sehen, wenn man in der Grundschule mit Volksschulkindern arbeitet, wirklich das breiter aufzusetzen, im Sinn von Auseinandersetzung mit Gefühlen, mit Körper, mit körperlichen Veränderungen, mit Sexualität, altersadäquat. Also, dass es wirklich Sinn macht, generell Sinn macht, aber ich könnte mir vorstellen, in der Grundschule nochmal mehr, dass man ein eher breiteres sexualpädagogisches Angebot oder ein Workshop macht, wo Pornografie dann auch Teil ist, aber halt auch andere Themen Platz haben und wo es immer ganz stark um Gefühle ergeht, das überhaupt zu erkennen, zu benennen, Begriffe dazu zu finden. Wieder eine Frage, und zwar, wie kann man mit dem Dauerbrenner-Argument der Frühsexualisierung seitens der Eltern umgegangen werden, wenn in der Schule über Pornografie-Kompetenz geredet wird? Gute Frage. Ja, also es wird oft dieses Bild gezeichnet, dass wenn man sexualpädagogisch mit Kindern arbeitet, dass man dann die Kinder früh sexualisiert, aber das ist ja eigentlich auch nur ein Mythos, weil die Sexualisierung passiert ja schon, und wir kommen ja nicht hin, und die Jugendlichen schauen sich dann Pornos an, in der Regel haben die meisten Jugendlichen davor schon Pornos konsumiert, und es geht nicht darum, Jugendliche dazu zu motivieren, möglichst die Pornografie zu konsumieren, sondern früher oder später wird es einfach passieren, irgendwo, abgewollt oder ungewollt, und es werden Irritationen auftreten, es werden Fragen auftreten, es werden Unsicherheiten auftreten, und man muss ihn irgendwo einen Raum schaffen, um das adäquat zu behandeln zu können, und wenn man diesen Rahmen eben nicht aufmacht, und den Kindern und Jugendlichen keinen Platz bietet, um Fragen tatsächlich professionell zu beantworten, und professionelles Wissen einfach zu bieten, dann kann es natürlich Folgen haben, wie dass sie unreflektiert mit dem Umgehen und sie irgendwo Tendenzen abbüden, oder sie die Sachen tatsächlich für die Realität halten, oder ihre Sexualität dann auch ausrichten. Ergänzung noch, also ich denke, man wird es auch nie ganz verhindern können, dass vielleicht einzelne besorgte Eltern einen Wirbel machen, also wichtig ist halt, gut zu informieren, also wir in der Fachstelle für Burschen arbeiten eher mit älteren Jugendlichen, so eher ab 13, haben aber einen Elternbrief, wo wir sehr genau informieren, was sind unsere Zugänge, was sind unsere Erfahrungen, was sind die Inhalte, was sind die, sozusagen auf was beziehen wir uns, was sind die fachlichen Standards, also sehr transparent zu machen, wie wir arbeiten und wirklich dann, wenn es Richtung Primarstufe geht, also Grundschule, wirklicher Elternabende, also ganz genau zu informieren, transparent zu machen, wie man vorgeht, nach welchen fachlichen Standards. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ganz verhindern, glaube ich, kann man es nie, dass einzelne Eltern oder Elternteile oder Erwachsene an Wirbelschlange. Dann gibt es noch eine Frage und zwar, ich muss jetzt wieder raufscrollen, vom Stefan, nach einer Metastudie von Blöderl Sauer und Vatercheck gibt es bei queeren Personen ein erhöhtes Risiko von Depressionen bis hin zu einer erhöhten Suizidalität. Kann hier ein bewusster Umgang mit Pornografie dem entgegenwirken? Bewusster Umgang mit Pornografie ob das entgegenwirken kann? Puh. Rein theoretisch könnte es schon förderlich sein, gerade wenn man davon ausgeht, dass die Pornografie ja Identität stabilisierend sein kann. Aber ob man jetzt direkte Schlüsse ziehen kann, ist eher schwierig. Also nach dem, was ich gesagt habe, könnte es einen positiven Effekt haben. Interessant, ich habe gestern mit einem Kollegen darüber geredet, es gibt eine ganz neue Studie, dass die Suizidversuchsrate sinkt bei queeren Jugendlichen, wenn sie gute Beziehungen haben, wo sie anerkannt werden, also wenn es Support gibt im Umfeld, in der Jugendarbeit. Also finde ich ganz eine spannende Info, weil grundsätzlich, also genau, also Blöderl et al., das ist so, sind ganz wichtige Studien, echt alarmierend, also wie weit höher die Suizidversuchsrate bei queeren Menschen ist und vor allem im Jugendalter und das finde ich zumindest einen wichtigen Hinweis jetzt durch diese neue Studie, dass gute Beziehungen, dass Anerkennung, Akzeptanz, dass wenn es so Räume gibt, wo sie sich anerkannt fühlen, die Jugendlichen, ja, dass das einen total positiven Effekt haben kann. Ich denke, das ist echt der Ansatzpunkt oder Auftrag an die Jugendarbeit oder unterstreicht nochmal die Wichtigkeit der Beziehungen, der Räume, die die Jugendarbeit da eröffnet und genau, ich glaube, ich glaube, das würde ich fast jetzt im Hinblick fast zentraler sehen, diese Räume, die Safe Spaces, die Beziehungen und ich glaube, einen klaren Effekt kann dann auch Pornografie haben, aber jetzt ist es nicht wissenschaftlich untersucht und passiert, aber meine Intuition wäre jetzt eher, dass es vor allem um so sichere Räume der Anerkennung geht und Beziehungen, wo man angenommen wird, genau, und Pornografie hat vielleicht einen kleinen Plus-Effekt. Und was auch eine spannende Entwicklung im Bezug auf das ist, ist, dass eben diese Räume auch virtuell basieren können und dass es den Trend dazu gibt, dass immer mehr queere Aufklärungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel gibt es ja einen Haufen YouTube-Kanäle, die aufklärerische Arbeit leisten, mehr oder weniger, je nachdem, wo man jetzt sieht, wie war es qualitativ. Auf jeden Fall gibt es Studien dazu zu deutschen aufklärerischen YouTube-Kanälen und es sind, ich glaube, fast zwei Drittel aller Kanäle haben auch einen queeren Auftrag irgendwie dahinter. Das heißt, es wird ganz viel mit queeren Jugendlichen, von queeren Jugendlichen gearbeitet. Also das gibt auch irgendwo wieder Identitätsschaffendes. Ja, danke. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Es ist jetzt nämlich schon drei, aber wir haben noch ein paar Fragen und deswegen würde ich die euch noch gerne stellen, dass wir sie noch beantworten können. Und zwar, gibt es Tipps zum Einstieg Methoden ins Thema Pornografie mit jungen Gruppen, die man noch nicht kennt. Sexualbeträugter Vielfalt von der Elisabeth Thuy da ist ein Methodenhandbuch. Da sind einige Methoden auch drinnen zum Thema Pornografie. Ein guter Einstieg ist, was wir oft in den Workshops machen, ist so Sex- und Beziehungs-ABC quasi. Also da gibt es dann so 26 Buchstaben und du fängst an mit Z für Zärtlichkeit und lässt die Jugendlichen ausfüllen und in den meisten Gruppen kommen dann ganz viele Begriffe, die aus Pornografie eben kommen und dann kannst du damit arbeiten, okay, wo kommen denn die Begriffe her, kannst du die für die Gruppe erklären, vielleicht kennen sie nicht alle und so kommst du dann irgendwie auf das Pornografie-Thema, ohne dass du wirklich direkt mit dem Anfangs, dann kannst du eben damit arbeiten, was sind Vor- und Nachteile von Pornografie, was passiert da, genau. Wir haben vielleicht noch einen Aspekt oder wie man es angehen kann, in der Regel haben wir bei uns in Workshops am Anfang so, auch bei den Sexualpädagogischen so soziometrische Übungen, also so Fragen, da kann man mit einem Kontinuum arbeiten, aber ja, ich, nein, ich nicht, unterschiedlichste Fragestellungen zu diversen Themen und da kann man auch eine Frage einstreuen zu Pornografie, das habe ich dann oft gemacht, also wer hat schon mal, da gibt es danach keine Wahrheitspflicht, da kann man grundsätzlich lügen, wer hat schon mal Pornografie konsumiert oder ist auf Pornografie gestoßen, vielleicht unfreiwillig und dann kann man auch fragen, wie war denn das so, wie ist denn Pornografie, also das wäre so eine Möglichkeit, um sich dem anzunähern. Danke sehr, die Gabriele Rothuber hat auch noch was zum Sagen gehabt und zwar Pornografie in der Grundschule ja, Michael sexualpädagogische Basics vermitteln, Gefühle, Grenzen, Mythen entmachten und dann hat sie auch noch einen Link für uns reingestellt und zwar Totschlag Argument Frühsexualisierung also all jene die es interessieren kopiert euch das schnell raus aus dem Chat und dann war noch eine Frage von Stefan zu dieser neuen Studie, diese Queer Studie, wie heißt sie und wer hat sie verfasst? Müssen wir nachschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die von der Döring ist. Die ich genannt habe, aber jetzt bin ich nicht sicher. Ich glaube meine. Stefan, welcher ist gemeint? Okay. Stefan, du kannst dir dein Mikro entmuten. die Studie, die vorhin angesprochen worden ist bezüglich der neuen Erkenntnisse, dass eben durch gute Beziehungen, Anerkennung und Akzeptanz das Suizidalitätsrisiko sinkt. Ich habe gestern den Link gekriegt, ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen, ich gebe Ihnen in die Literaturliste den Link. Ah, super, danke. Ich kann jetzt viel mehr darüber sagen, ich habe gestern mit einem Kollegen darüber geredet, aber ich habe den Link und es ist verfügbar. Super, danke. Ja, ansonsten ist zur Zeit, ich hoffe, wir haben jetzt alle Fragen beantwortet, ihr habt es probiert, dass ich alle noch einmal durchgeschaut habe. Sollte ich eine vergessen haben oder überblättert haben, dann meldet euch jetzt, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir alle Fragen beantwortet haben. Wollt ihr noch etwas wissen, dann ganz schnell in den Chat schreiben. Wir überziehen ja schon und wollen euch ja nicht länger ohne ins mit. Aber ich glaube, schaut gut aus. Die Fragen sind zur Zeit beantwortet. Ansonsten kann man sich ja auch bei eurer Fachstelle melden oder wenn man Fragen hat. Genau, also wir haben vor etwas längerer Zeit schon ein Projekt zu Phonografie und Medienkompetenz gehabt, das über unsere Website zu finden und in den Folien wird es auch findbar sein. Wir machen eben normalerweise jetzt nicht Corona bedingt sexualpädagogische Workshops. Dafür machen wir momentan Online-Burschen Beratung, wo wir auch über Instagram Content produzieren, sexualpädagogisch, der sich auch viel auf Pornografie und Sexualität fokussiert. Das werden wir auch in die Folien dazugeben. Ja, super. Genau, und vielleicht zwei Sätze noch, auch wenn wir heute eher so mit dem Thema Pornografie so ins Haus gefallen sind, ist es schon sinnvoll, das so in einen breiteren Kontext zu stellen. Edi Gabrielli Rothuber hat es nochmal unterstrichen, nochmal besonders wichtig in der Grundschule. Also es macht wirklich Sinn, das so in einen breiten Kontext zu stellen, eben Körperlichkeit, Sexualität, sexuelle Beziehungen bis hin zu Emotionen. Und halt würde ich gerne ermutigen, das ist bei den Folien noch dabei, diese drei Herausforderungen der Jugendarbeit, die drei Regeln, wo eine davon diese Sichtbarkeitsregel ist, also auch Jugendarbeiterinnen zu ermutigen. Also da ist, die müssen immer sozusagen, das ist nicht wie beim Arzt oder einer Ärztin und Patient, Patientin, dass so alles gleich vorgegeben ist im Rollenverständnis, sondern Jugendarbeiterinnen müssen sie ihre Rolle immer neu, so erkämpfen, ihre Anerkennung und das einfach auch gut ist, wenn sie sichtbar werden als Person, als Mensch, auch mit ihren Einstellungen, weil sie dann in eine Auseinandersetzung kommen und da auch zu ermutigen, einmal das zu offenbaren, wenn einem was irritiert, also wenn man was mitkriegt mit Pornografie und es ist irritierend, das auch zu artikulieren und so in einen Austausch zu kommen. Und das vielleicht auch noch ein wichtiger Zusatz ist, wir haben immer von Burschen und Männern geredet, wir verstehen das aber mit einem Stern quasi, also wir sehen alle Burschen und Männer an, die sie als männlich identifizieren oder tendenziell eher dem männlichen Geschlecht zuordnen, also wir sind jetzt nicht biologisch oder zugewiesen männlich beschränkt. gut, wir haben ein bisschen abgewechselt mit Quiz und mit Folien ohne Folien, ich hoffe es war nicht so unübersichtlich, aber Pornografie ist ja relativ bunt und unübersichtlich, aber die Folien denke ich mir, da kann man das in Ruhe dann nochmal nachschauen und die sind relativ selbsterklärend und Literatur und Links werden dabei ja Dankeschön, Dankeschön Michael, Dankeschön Jonas, es war wirklich sehr informativ und danke, dass ihr euch die Stunde gewidmet habt und dass ihr uns das alles einmal erklärt und erklärt habt, es war top, danke, jetzt kommen dann schon die ganzen Danke Geschichten vom Chat, solltet ihr die Unterlagen wollen, dann bitte, 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 schickt eure E-Mail-Adresse in den Chat und auch wenn sie Teilnahme betätigen und wollen wir wünschen euch noch einen wunderschönen Nachmittag habt es gut und schaut es morgen wieder rein vielleicht und wie gesagt danke Michael und danke Jonas von der Nachstelle für Burschenarbeit danke, es war super Ciao 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 sehr coole Kurzfortbildung sehr interessanter Vortrag sehr fein danke super vielen Dank richtig gut gemacht also ihr werdet mit Lob überschüttet sehr irgendwie lässig und super professionell gerahmt das war fein danke für die Einladung ja gern Katja Katharina Augustine Elke und Sarah habt ihr noch was am Herzen wollt ihr noch mit unseren Jungs was besprechen oder auch mit uns oder seid ihr nur Zoom-Leichen wir können uns in den Warteraum stecken genau sonst stellen wir euch in den Warteraum nehmt es nicht persönlich wir sehen uns dann morgen wieder wir sehen uns dann